15 Okay, so, bereit? Ja, ja Okay, 3, 2, 1 Willkommen zur mittlerweile dritten Runde Rise of the Orient Opalien Survival Games Diesmal die erste Team-Runde, die anderen beiden Runden waren totaler Scheiß, weil das Plugin nicht funktioniert hat Also nichts, die Karte war okay, hab nicht viel davon gesehen, weil ich immer getwittert wurde, aber am Anfang gedeckt war eigentlich nur One-Hits dann Aber es geht ja schon los, Tom Okay, 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 ja Und, ähm, ja, das ist noch ein ... oh, 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 oh Mein Gott, oh, 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 oh Mein Gott, oh, 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 oh Mein Gott, oh, 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 oh Okay, ich hab nichts außer ein bisschen ... Ich hab nichts, es hat einfach so geleckt, ich hab gar nichts Rätst du mir hinterher oder soll ich dir hinterherlaufen? Äh, ich hab keinen Plan, lah, 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 lah Ich hab auch keinen Plan, ich lauf einfach irgendwo Lauf? Ich lauf? Ich lauf? Ich lauf, ich lauf? Ich lauf, okay Ich lauf durch die Menge und dann ... Was hat der denn für einen Baum, Mann? Ach so, das wollte er nicht, dass der Baum ist Wo bist du? Du bist rechts, oder? Ich bin über diese Brücke, ja. Gut, warte, warte, warte. Ich lauf, glaub ich, gleich links hier so halb. Ich soll stehen bleiben, oder? Ja, lauf weiter. Ich da, 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 da ist ne Kiste. Nicht den Kackluss küssen, nein, nicht den Kackluss, nein, gut. Hä, was? Nicht den Kackluss im Arm. Da sind nur zwei Pfeile in einer Kiste, what the fuck? Öffne sie nochmal, das packt hier total rum alles immer noch. Nein, da sind wirklich nur zwei Pfeile drin gewesen. Ich hatte auch schon bei der ersten Runde richtig Pech. Ich hatte nichts, nur noch einmal hatte ich nen Eisenschwert gefunden und dann hatte ich wieder nichts. Okay, dankeschön. Gut, ähm, ja. Da, Kiste, 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 Kiste. Oh, Erfahrungsverstand. Ich hab nen Holzblock bekommen, Mann, lass mal. Warum? Kannst du den wieder hinsetzen, dann könnte man sich so wunderschalten. Scheiße, da oben ist ein Name. Verdammt. Und die Grace Fairy Road ist geendet. Wenn du den... Das ist aber wahrscheinlich ein zweiter Team, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Der ist hier grad runtergesprungen. Okay. Ja, wird hier oben wahrscheinlich nichts mehr sein. Es ist Riole und der hat ne komplette Eisensuchung, aber so wie es aussieht kein geschaltes Schwert. Den könnte man vielleicht sogar tatsächlich leicht kriegen. Ach, Riole wollte Single sein, ne? Weiß ich nicht. So, ich spring hier schnell ins Wasser. Das Problem ist echt... Ich weiß nicht. Irgendwelche Leute haben, glaub ich, so ein... Es gibt ja diese Mods. Ich schleiche hier und den Baum wieder runter springen. Okay, ist untergeschmissen. Gesprungen. Die Welt lädt bei mir nicht. Die Welt lädt bei mir nicht. Warum lädt die Welt bei mir nicht? Jetzt. Und ich hab... Hast du ihn? Ah, okay, du. Okay. Hat er irgendwas? Essen? Ich brauch unbedingt essen. Goldäpfel, ja. Hier vier Äpfel. Danke, danke, danke. Okay. Das ist das Ding. Kann sein, dass er den noch nicht aufgemacht hat. Alles klar. So. Das läuft ja schon mal halbwegs gut. Ja, noch mehr Goldäpfel und Goldhose. Gib dir mal zwei Goldäpfel ab, da. Okay, danke. Die heilen dich nur fünf Sekunden, ne? Also fünf Sekunden Regeneration. Okay. Ne, das sind die neun. Die stehen auf 1, 6, 4. Okay. Die heilen... Also die geben dir zwei Extraherzen für zwei Minuten. Und... Das ist gut. Was anderes. Alles klar. Also rechtzeitig Essen vorm Kampf. Alles klar. Okay. Hast du den Hut? Ne, hier ist ein Hut. Der steht dir bestimmt ganz gut. Ja. Das ist Lederhütte. Die sind immer toll. Bayern. Gut. Wir sind keine Gamer aus Bayern. Da hinten läuft jemand. Mit einem Bierglas in der Hand. So, da ist nichts drin. Kiste. Hä? Okay, dann war hier schon jemand. Ich wollte gerade schon sagen, Kiste backt oder was? Ein Schwert hast du noch nicht bei mir gerade einmal? Ich habe gar nichts, ne? Ich habe mittlerweile drei Holz. Lass mal ein Holzschwert, die Craftin gehen. Okay. Kann ich die Craftinbox bauen? Ne, wahrscheinlich nicht. Warte? Ich sneak mich mal, weil da hinten ist ein Team und das sneak sich auch hin. Ne, komm, wir gehen zurück. Da war eine Craftinbox im Haus, wenn ich das richtig weiß. Bam. Alles klar. Ja, okay. Die Kiste ist wahrscheinlich schon leer hier. Natürlich ist die, wer da war. Ja. Aber der Typ da. Ich hoffe, wie im Haus war eine Craftinbox. Okay. Und sonst sind wir gleich schon tot. Juhu! Wir jonglieren einfach mit dem Schwert. Guck mal hier rum, ob du eine Kiste findest. Okay. Ich lauf mal kurz in den Keller. Im Keller ist, glaube ich, irgendwas. Hier ist so eine... Ah, ja. Hier ist eine Kiste. Ich habe ein Goldschwert. Ich brauche dein Holzschwert nicht. Okay. Du brauchst den Drecking scheiße nicht mehr. Jetzt ist etwas Besseres. Warte mal, kann man die Holzblöcke platzieren? Wahrscheinlich nicht. Nee. Schade, ich kann dich nicht einbauen. Okay. Das ist blöd. Okay. Kommt raus jetzt mal. Hinter dem Haus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, die verfolgen mich, die verfolgen mich. Wo bist du? Ich lauf zu dir, ich lauf zu dir. Ich lauf ums Haus rum. Ich lauf ums Haus rum. Ich lauf nicht durchs Haus durch. Ich bin jetzt hinten. Okay, die verfolgen mich gerade, oder? Ja, die verfolgen mich beide. Ich hab den einen voll zurückgekickt, ich muss jetzt schnell den Goldapfel essen. Achtung, hast du den? Ja, beide, beide, beide. Geil, 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 geil. Richtig geil, okay. Hier hast du eine Eisenachse. Hier hast du ein Goldschwert. Dankeschön. Ja, das auch noch, das auch noch, falls du brauchst oder so. Okay, okay, okay. Ja, ja. Kann ich alles gut gebrauchen. So, Helm. Hast du eine Hose? Ich wollte gerade alle Tasten für Nodus drücken, so. Aber das funktioniert. Aber da dachtest du, oh nee, jetzt spiele ich ausnahmsweise mal fair. Da hinten hab ich noch ein Namensschild gesehen. Da hinten links irgendwie in diesem... Ein Namensschild? Ich hasse Namensschild auch in der Schule immer so, ne? Gerade in der Schule... Wow, Alter, ich hab eine Hose. Geil. Und ein Chainhelm. Da hat jemand seinen Crap ge... Dings bomst. Ja, dann leg ich auch eine Kiste mit rein. Wow. Aber warte, ich soll dich nicht boxen. Wahrscheinlich mit meinem Stab mach ich direkt einen One-Hit. Was? Ach, das waren vorher diese One-Hit-Teile. Ja, nee, das ist einfach... Leute, ein Schwert macht einfach mal plötzlich 30 Herzensschaden oder sowas. Cool. Das ist... Das hier sind das Fallen. Das sind keine Fallen. Hier kannst du Probleme drüber laufen. Pack ich mal mit dem Zeug in die Kiste rein. So, weiter, weiter. Ähm. Jetzt hab ich absolut unnötig diesen Goldapfel gegessen. Ich hab meinen gebraucht. Also nicht unbedingt gebraucht, aber er hat mir geholfen. Ja. Ich muss... Die Karte, die ich gerade geschickt hab, ne? Was sagst du dazu? Können wir ja mal hier im Video besprechen, weil... Du hast... Ja gut, ich mach die mal hier auf dem zweiten Bildschirm offen. Aber Let... Darf ich den Namen nennen, oder? Ja, klar. Die Leute wollten ja, dass wir wieder was zusammen machen. Deshalb hab ich die doch geschickt. Weil keiner will die mit mir machen, weil die zu lang dauert. Also, so die Hälfte sagt, nee, ich mag keine Projekte, die länger gehen als fünf Parts. Legend of Notch. Reincarnation. Ja, sieht cool aus. Mods by Eiffel Mods. Packen wir in die Videobeschreibung. Machen wir eh nicht, weil wir nicht dran denken. Immersive World to Discover, so ein Adventure Map. Aber mit richtigen... Ein richtiges... Heftiges RPG Mod Pack steckt dahinter. Sowas nicht Divine RPG und auch nicht... Ähm... Fellowship oder sowas, sondern... Ein ganz eigenes. Könnt ihr euch mal anschauen. Okay. Also das werd ich mir auch auf jeden Fall anschauen. Nach dieser... Wenn wir uns nicht dagegen haben, machen wir das. Lass mal hier raufklettern. Das ist... Das ist natürlich ne tolle Methode. Also... Lass mal Ladycraft, wenn ihr noch lebt, festnehmen. Festnehmen, dann in Haaren stecken. Wir sprechen einfach mal seit Monaten nicht miteinander. Ja? Wir nehmen hier auf einmal auf und so klärt man dann gemeinsame Projekte ab. So macht man das auf Youtube auf. Gute Läppich, könnte ich nicht schärfer ans Eisnachse. Nee. Okay. Ähm... Ich versuch mal schnell hier so hoch zu springen. Warte, ich brate hier mal Fleisch. Hier sind Öfen. Hier waren gerade Öfen, da sind Öfen. Da sind überall Öfen. Ist das so künstliches Feuer? Das ist künstliches Feuer. Ja, egal. Holzschwert oder so. Okay. Aber sag, wenn jemand kommt oder sowas, ne? Ich schau nach... Ich pass auf und gucke Aufnahmen-Thriller. Ja. Das werde ich definitiv... Nein, nicht die Sticks verbrennen. Scheiße. Okay. Äh... Hier ist weiter ein Breitskohle. Hier ist weiter ein Breitskohle. Da lebt ja noch alles. Es erschlüsst... Es leben noch 15 Leute. Nur. Von... Hinterm Dresen! What the... Nicht hinterm Dresen kommen. Du darfst da stehen. Was? Okay, ich bewache den Eingang. Ich bin ein Türsteher. Hab ich ne Holzkohle? So. So, hier brate ich mir mein ganzes Fleisch mit meiner schönen Holzkohle. Tu das. So spielen. Ja, ich bin mir vorher auch schon so ein bisschen verloren vorgekommen bei der ersten Runde. Ich hatte, wie gesagt, nichts. Bin erstmal so vor allen abgehauen. Hab die Taktik gemacht, die ich eigentlich sonst hasse. Und ich krieg' einen One-Hit-Kill. Was? Exorzist slash SGList1. Was? Achso, wer noch lebt. SGList musst du machen. Hab ich doch. SGList? Ja, SGList hab ich doch gemacht, ich weiß. SGList, wenn man in der Arena ist. Warum schreiben die mir das? Hä? Ich hab mein Essen gleich alles fertig, so. Okay. Gut. Ich, äh... So, hier kommst du nicht mehr durch. Dankeschön. Oh nein, Alter. Gleich stirbst du tatsächlich. Du wirst nicht gebrochen die ganze Zeit. Weißt du nicht, kannst du mal das plug-in lustig, oder was? Würde ich nie tun. Kann man die Blätter hier abbauen? Ja, cool. Ich weiß nicht, ich könnte einfach... Also in der ersten Runde haben ja alle zu mir gemeint, ich sei ein Cheater. Die werde ich eh nicht hochladen jetzt, weil die absolut scheiße war. Aber es wurde ja gesagt, man darf keine... Ist das schon so eine Strip-Tam? Nicht reinspringen, nicht reinspringen. Man darf nicht sowas wie Diamantschwerter oder sowas aus diesem Bilderrahmen abbauen, ne? So sowas fertiges. Dann hab ich da äh Diamanten, ein Diamanten und ein Goldstück gesehen im Bilderrahmen und hab das einfach mal so aus Spaß abgebaut. Weil ich dachte, okay, ich darf ja keine Schwerte oder fertige Sachen abbauen, aber das vielleicht schon. Und dann meinten die Allentiers, Cheater, Cheater. Oh, ich hab ein Feuerzeug. Warte, kann man damit auch was anschwitten? Oh, Feuer funktioniert! Was ist das denn? Boah! Okay, du machst dich definitiv nicht lustig über die Organisation. Nee, Feuerzeug, ich hab keinen Server. Überall, wo es Feuerzeug gibt, auch... Nee, ich werd jetzt keinen Namen nennen, sonst werd ich der Böse sein. Aber... Ja... Du meinst, ähm... Auf allen möglichen Survival-Games. Okay. Feuerzeug oder sowas, funktioniert nicht fertig aus. Ja, das ist wahrscheinlich wegen World Guard, so... So, wir sind hier wieder... Der hat sich auch eben schon darüber beschwert, was das Plugin so macht, was eben nicht macht. Ja, das ist echt... Leider sind diese Standard-Survival-Games-Plugins, das kann man echt vergessen. Da hinten ist ein Enchanter, falls du noch irgendwas enchanten möchtest. Ich hab'n Level, ich könnte irgendwas... Ähm, soll ich... Was ist das beste Schwert, das du hast? Ich... Das ist Holzschwert, oder halt eben die Eisenachst. Warte mal, ich will das ausprobieren. Ist das eine Crafty-Mox? Kann ich mir eine Kiste craften und Sachen reinmachen? Äh, da ist eine Enerchest. Lass' ich mir eine Spitzhacke machen, hier, das Eisen abbauen, das Eisen... Erst den Stein, dann eine Steinspitzhacke machen, dann das Eisen trennen. Geht das? Geht das? Ich will's ausprobieren. Geht wahrscheinlich nicht, aber... Ich hab leider echt kein Holz, oder sowas. Ne, man kann nichts abbauen, man kann ja nichts abbauen. Selbst mit der Spitzhacke nicht, das ist schade. Okay. Ähm... Eisenschwert! Oh, perfekt! Mach den... Einfach mal so YOLO an der Kiste gehen. Wo ist der Enchanter? Okay, der Enchanter ist da hinten. Dann kannst du mir ja dein gammeles Schwert geben. Da ist Schabnis 1. Oh Gott, ist drauf. Ach du hast auch schon Eisenschwert? Jaja, ich hab schon. Gleich kommt so wenig von der Seite. Schnappt sich einfach und sticht das direkt irgendwie mit meinem... ...mein Herz. So. Was? Lass' mal auf den Kahn klettern, da. Dann sind wir Kahn-Krafter. Was ist los? Mit dir? Mir geht's nicht rauf. Hier ist dick. Das ist der Bestippswert, so. Ha, ha, ha. Tolle Leute. Oh, da ist... Da sind zwei Leute. Da hinten. Und die... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich... Ich esse... Der kriegt dich nicht. Warte, warte. Ich esse einen goldenen Apfel. Renn weg, renn weg. Ich bin hinter denen. Aber weit hinter denen. Scheiße, man. Oh Gott, das wird nicht was. Der läuft mit Lilly-Kraft drum. Scheiße, 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 scheiße. Wenig ist bei mir. Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich bin der PvP-Pro. Ich bin der Lilloo. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Klatsch ein, oder? Oh, nein. Ich... Ich... Muss ich jetzt so... Darf ich jetzt so rumbrüllen? Ja, ich bin der PvP-Pro. Ich habe die PvP-Pro gekillt. Ne, ne? Ja. Wenig auch. One-Hit. Was? Ich habe die doch nicht One-Hit gemacht. Wie bitte? Also, ja, okay. Gut. Brauchst du eine Eisenbrustplatte? Bitteschön. Ja, nehm ich, nehm ich. Aber bitte mitschweiß dann, ne? Gerne. Und mit meinen Männerhaaren. Haare? Du? Was? Ich könnte bloß einmal so... Ja, okay. Also so jetzt bessere Schuhe habe ich nicht. Da hinten ist ein Blitz. Oh, wir sind schon bei den Blitzen angelangt. Cool, ne. Warte, ich habe einen Bogen und ich könnte... Hast du irgendwie Level oder sowas? Ja, ich habe nichts mehr. Weil, okay. Alles klar. Ist immer dein Bogen und ich habe zwölf Pfeile. Bitteschön. Ich habe neun Pfeile. Dann gebe ich dir nochmal neun Pfeile. Da. So. Und ein Feuerzeug habe ich auch noch. Feuerzeug habe ich auch. Da hinten waren Namen da in der Richtung. Genau. Was die zockt. Ey, ne. Ey, doch. Oh Gott. Schade, dass wir das Eisen nicht abbauen können. Okay. Ja, dann haben wir eh schon. Alles. Ich muss dann jetzt gleich nach dieser Runde so richtig im TS rumprallen, dass ich den PvP pro gekillt habe, ne. Da. Da. Dann, äh. Komm springen. Das ist Squid. So. So. Ja. Ähm. Du bist einfach zu schnell für mich. Und auf Halbzeit funktioniert voll. Hat Sponjka Feuer voll entdeckt. Sehr schön. Feuer, Feuer! So. Äh. Ja. Die sind hier irgendwo in diesem. Oh, ich kann mir lohnen. Nicht in diesem Dorf. Ne, da drüben sind Leute. Da drüben. Okay. Äh. Gehen wir mal da hin. Und ich wollte schon diese Runde nicht brauchen. Ist das in der Single-Börse oder was? Warum fragt Lillika? Achtung. Hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Okay. Ähm. Ich habe einen Bogen auch jetzt. Endlich. Oh nein, ich habe Fleisch weggeschmissen. Nein, nicht das Fleisch. Nicht das kostbare Fleisch. Nein. Nicht das. Deutsche Fleisch. Ähm. Brauchst du noch einen Schatten? Das Eins-Eisen-Schwert wahrscheinlich nicht. Habe ich schon. Jetzt habe ich wieder ein Level. Ich schaue gerade mal nach, was man hier noch so leaten kann. Das wäre cool, ne? Also draußen. Da hinten ist noch um dich geht. Warte. Warte. Das ist ein Team. Let's go play. Und. Pst. 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 Pst ist gut. Dann mach das schnell und ich pass hier auf. Solange. Und ja. Ich habe keine Pfeile. Scheiße, ich habe meine Pfeile weggeschmissen. Verdammt. Ähm. Sit machen. Foi foi. Ein Sparkles ist ein Mensch. Warte, warte, warte. Guck mal, wir campen jetzt hier. Wir campen jetzt hier und ich sneak mich jetzt hier so ganz unauffällig. Und die kommen von links. Die kommen von links. Und nicht an den Onkel-Caktus stellen, bitte. Soll ich jetzt auf Sparkles gehen? Auf den Sparkles? Es auf jeden Fall mein Gold-Apfel jetzt schnell. Ich hab keinen mehr. Schnapp dir den da schnell, 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 bevor sie kommt. Okay, 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 scheiße, scheiße, scheiße. Einer kommt, Spark ist links. Okay, 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 ich hab'n Gold-Apfel gegessen. Wenn die noch einen Schritt in unsere Richtung machen, also voneinander weg, dann greifen wir an. Ich hab leider immer noch keine Pfeile, das ist blöd. Da kommt Alex, Achtung. Ah, fuck. Ich hab, der hält jetzt eine Minute und 50 Sekunden. Und dann geh' ich jetzt hier so von links. Komm, wir gehen jetzt einfach auf die drauf! Scheiße, foi foi. Ja, ähm, Wasser, Wasser. Das war richtig dumm, was ich gerade gemacht habe. Jetzt muss ich hier schlafen. Okay, ähm, ich weiß nicht, was das sollen werden tun. Lauf, 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 lauf. Ja, ja. Nicht auf der Brücke kämpfen, Brücken kämpfen sind so. Ja, ich weiß, so. Gut, dann lauf' ich mal in deine Richtung. Lauf weiter, lauf weiter. Warum, okay, ich lauf weiter. Spark of Phoenix geht auf mich. Scheiße, 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 ey. Ich lauf weiter. Okay, dann geh' ich jetzt auf Let's Game of Black. Der hat dich nicht... LOL! Ja, ich hab' gewonnen! Was? Ich hab' einfach mal euch beide auf einmal getwittert. War das die Runde? Ja, ist vorbei. Das war'n One-Hit. Das geht doch gar nicht. Ich hab' euch alle grad einfach mal in so bumm weg. Mit einem One-Hit? Was ist das für'n Scheiß-Plugin? Das war'n One-Hit. Das war'n One-Hit. Ich hatte noch fa... Was? Oh Gott. Ey, warte hin, wir haben gewonnen. Du hast gewonnen. Mein Taktik hat gut funktioniert. Ich hab' gewonnen. Du hast gewonnen. Warte, ich hatte noch fast volle Herzen so halbwegs. Wir machen jetzt folgendermaßen. Ihr macht tausend Likes und dann machen Doms und ich The Legend of Notch. Für tausend Likes! Eiskalt! Springen wir... Machen wir... Für tausend Likes, ne? Wir springen vor ner Brücke. The Legend of Notch. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß nicht, noch ne Teamrunde kommt, weil ich hab' einfach kein Bock mehr auf dieses Plugin. Aber die Map ist auf jeden Fall ganz nice. Dom, was hast du dazu? Interessiert keinen? Nein, erzähl. Jetzt hast du mich eingeschüchtert. Jetzt will ich nicht mehr. Jetzt will ich nicht mehr. Dann war's das für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Guckt euch The Legend of Notch an und lasst eine Bewertung da. Und tschüss, tschüss. Tschüss.